Das kleine Bild Jan van Eyckes ist eines der großen Werke der europäischen Malerei. Wir sehen Maria ganz aus der Nähe, beim Stillen ihres Sohns, der sich zärtlich an ihr abstützt. Mit raffinierter Bildregie führt van Eyck ganz nah ans Heilsgeschehen heran. Es ist, als stünden wir im selben Raum mit Maria, auf dem Teppich, der die Stufen ihres Thrones bedeckt. Jan van Eyck wusste die Möglichkeiten, der zu seiner Zeit gerade aufkommenden Ölmalerei perfekt zu nutzen und augentäuschend genau die Oberfläche unterschiedlichster Materialien wiederzugeben. Ein Gemälde, wie geschaffen für die stille Andacht des Gläubigen in der persönlichen Begegnung mit Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Pete